Jetzt seht ihr mich aktuell, ich bin wieder da und ja, ich bin aktuell jetzt in Kassel und ja, bitte nicht sorry, warum jetzt ein bisschen spät angekommen bin, das lag am ICE, weil ja, denn der ICE hat immer Schuld, also das ist der Punkt gerade, warum ich wollte früher nach Hause, aber jetzt muss ich heute was Feines für euch mitgebracht, ein paar Videos und so und ein paar neue Bilder, die werden gleich irgendwann gepostet und dann könnt ihr es mal sehen oder vielleicht auch ein Video machen, aber wie ihr das schon seht, hat der ICE da Schuld, weil wir haben so der 14 Minuten, war irgendwas, ne, und trotzdem hat er Verspätung bekommen, da muss ich sagen, fasse ich mir drauf zu einem Kopf, weil erstens, der Dings kommt ein bisschen später, hab ein bisschen meine Familie macht ein bisschen Sorgen um mich und ja, die sagen ja, vermisse ich dich, und jetzt aktuell, jo, also gleich kann ich wieder nach Hause fahren und ja, fahre auch gleich nach Hause, muss auf den Zug warten und natürlich auch ein Punkt, warum wenig Videos kommen, weil es ist es gerade, ich habe gerade was wenig zu tun, ich habe viel was zu tun, ich habe einfach noch keine Zeit, irgendwas zu machen, ne, ich muss noch ein bisschen nachholen, ne, Videos hochladen, ne, weil mein Akku nicht mitmachen, weil mein Akku, ja, gleich, äh, ja, ähm, so halt, ne, so liebe Leute, also ich fahre jetzt nach Hause, und ja, so, ich bin einfach, bleib mir gesund, ne, wie das weitergeht mit dieser Scheiße hier, mit Masken da, und so, das weiß ich nicht, das wissen nur andere Leute, da bin ich schon mal draußen, also, ähm, mal gucken, ne, dann würde ich sagen, wenn nicht hier, Akku wird bald leer.